hallo liebe youtube gemeinde hallo wir zeigen heute schnell mein matsch monster wird ein ganz kurzes let's go wollten wir so zwischenschieben weil es halt nicht so groß ist habe ich an einem tag gebaut und ja hier ist es guckt matschklumpen wie man sieht interessant spuckt matschklumpen er zieht auch eine schöne schleimspur hinter sich her habe ich so geguckt hat man hier der ist soll so aus dem boden rauskommen sein und er kann doch dann das greift hier durch den sand durch und ich finde das sieht ganz passabel aus für meine erste statu hier kommt noch eine schlange das ist kann ich doch der ist misskürt hau ihr ab von dem ding das ist eklig lasst sein das ist ein regenwurm oder was das sollte eine schlange aber die scheiße geworden vor allem in der farbe die zunge die augen sind gut aus gefällt mir der hat sogar ein adamsapfen kann man da noch reinfliegen und zähne auch rein kann man nicht ich wusste was ich reinbauen soll den rollercoaster war es zu klein deshalb woanders reingebaut naja jedenfalls sieht kassel von hinten gezeigt der ist komplett mit so halb schlötzchen umzogen wenn man den oben auf dem verleihen als auf dem ding ist auf der kleinen map guckt deswegen sieht der grau aus weil die klötze grau angezeigt werden die net normale größe haben ja hast du sehr schön das war's auch schon dann bis zum nächsten mal tschüss bis zum nächsten mal tschüss